So, heute ist das Paket angekommen von Dieter aus Berlin. Von Tunky, sag ich mal. Tunky, schönen Dank. Ich schau mal rein. Machen wir mal auf hier. Der Martin ist auch da. Den hab ich erstmal an die Playstation gesetzt. Also falls da jetzt rumgeschluckt wird und das haben wir gekauft. Kann ja nicht spielen. Ja, schauen wir mal rein hier. Ja. Ach gar nicht, alles gut. So. Machen wir mal auf. Ah, ok. Ein Täschchen. So. Das kommt so weiter. Haltungs. Stripes. Immer. So. Ja, oh wow. Wow, wow, wow. Für die GoPro Fernbedienung. Ladestecker. Die Saugnopfhalterung. Diverse Winkel, die man immer mal braucht. Super. Wow, wow, wow. GoPro Hero 2 mit Monitor Zubehör. Im extra dicken Gehäuse. Wow. Wow. Boah, Flunky, vielen, vielen Dank. Krass. Ja, dann machen wir hier noch ein schönes. Oh, zwei Putztücher. Gewisse Halterungen. Wunderbar. Was? Noch ne GoPro. Verstärkten Zusatzakku. Hero 2. Flunky. Vielen, vielen Dank. Boah, Wahnsinn. Krass. Ja. Da kann man natürlich ordentlich filmen. Hier sind noch, an der Seite sind noch ordentlich Akkus dabei. Puh, Flunky, weiß gleich was ich das jetzt sagen soll. Mensch, vielen Dank. Wird aber eine große Runde, die ich ausgebe. Klasse. Ja, vielen, vielen Dank. Super. Ja, da können wir ordentlich Filme mitmachen. Mal schauen. Ein paar Halterungen an die Spider bringen. Ah, das ist das Ladekabel für die Fernbedienung. Ah, hier sind noch diverse weitere Kabel versteckt. Zum Laden der GoPros. Wahnsinn. Flunky, vielen Dank. Da werde ich auf jeden Fall Verwendung für haben. Ja, super. Ich weiß gar nicht, wer jetzt dazu sagen soll. Das ist ja mal eine klasse Überraschung. Vielen Dank dafür.